ja moin mit diesem kurzen info video möchte ich nur bescheid geben es ist erst mal vorbei mit flachland radeln aber keine panik es geht nur über ins bergland radeln denn ich war wieder 14 tage in der schweiz unterwegs einen festen ort ich habe so viel erlebt in den tagen ich hatte sehr viel glück mit dem wetter es ist unglaublich gewesen faszinierende landschaften ich hoffe die bilder sind alles geworden die jetzt in den kommenden wochen sehen werdet also wer lust hat das wieder mitzukriegen wie fast jedes jahr immer meine schweiz touren ich kann nur empfehlen es waren wunder wunderschöne touren tolle bilder faszinierend und ich habe auch noch ein bekannten bestimmt euch bekannten online radler über einen pass begleitet auf seiner großen reise ja es war einfach nur fantastisch diese 14 tagen ich schätze mal so 9 bis 10 videos werden davon kommen also wer das sehen möchte der muss die nächsten wochen weiterhin dranbleiben es wird richtig schön ich sitze jetzt hier vor ein riesen panorama was ich am ende des urlaubs hatte also weiß was passiert ist also freut euch drauf wer es sehen möchte wie gesagt die nächsten wochen neun bis zehn videos werden das werden also viel spaß dabei und jetzt zeige ich euch noch mal dieses panorama was ich jetzt vor mir habe und vielleicht noch mal ein paar eindrücke der anderen tage also denn tschüss bis zum nächsten mal sehen wir uns hoffentlich bei meinen schweiz videos servus grüezi salü moin moin bis dann Achtung festhalten bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020